ja leute was geht aber es wieder beck am start heute sind wir der schatzkarte von eine anasche chris gefolgt und ja wie ihr seht habe ich alles hier markiert und wir fliegen direkt dorthin auf junk junction in der nähe von junk junction es ist dort ein fetter stern wie jetzt gleich sehen werdet und dort ist es auf jeden fall ja und nicht zu vergessen falls wenn ihr den battle pass habt halt diesen stern dann müsst ihr euch umbringen halt nicht direkt quitten weil dann können dass er dann kann es sein dass nicht zählt und ja das war schon eigentlich mit diesem video ich hoffe es hat euch gefallen haut rein und tschüss